Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Senseless Weekend Tip. Das Format, wo wir euch jedes Wochenende einen Film, Serien oder Anime Tipp euch geben. Falls euch dieses Format gefällt, dann zeig es mir doch mit einem Daumen nach oben. Und damit sage ich, viel Spaß mit dem Video. Die erste Serie, die ich euch vorstellen möchte, kommt erst morgen raus. Nämlich He-Man Master of the Universe ist die Serie, die damals auf RTL 2 den 80s Flair versprüht hat. Wer die Serie noch nicht als Kind gesehen hat, sollte die unbedingt nachholen. Davon unabhängig wird morgen auf Netflix exakt 5 Folgen erscheinen. Wie sie werden, ob sie geil sind oder nicht, erfährt ihr morgen in unserem Review. Die zweite Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist eine Doku-Reihe. Nämlich How to Become a Tyrann ist die Serie, wo wir auf eine sarkastisch witzige Art und Weise erfahren, wie die Tyrannen unserer Zeit ihre Macht beibehalten haben, wie sie zu den Tyrannen wurden, wie wir sie kennen, wie sie gefallen sind, was daran schief gelaufen ist. Und diese sarkastisch witzige Art ist so unterhaltsam, dass diese Doku-Serie sehr viel Spaß macht. Wer Bock hat auf ein bisschen Geschichtsunterricht, die sehr witzig ist, sollte unbedingt How to Become a Tyrann auf Netflix schauen. Der dritte und letzte Tipp in dieser Reihe ist Knives Out, den man aktuell auf Prime Video schauen kann. Daniel Craig spielt mit, Chris Evans spielt mit und dieser Film ist ein Detektivfilm, der sehr spannend ist und zeigt, wie eigentlich der Orient Express sein könnte, wenn er mal gut geschrieben wäre. Wer Bock hat auf einen spannenden Krimi-Film, der extrem witzig ist auch noch, sollte unbedingt Knives Out auf Prime Video schauen. So Leute, das war's mit dem Video, falls euch das Ganze gefallen hat, dann seht ihr noch einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr solcher Videos habt, dann abonniert diesen Channel. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao!